Hallo, 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 hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Heute werden wir etwas ausprobieren, das wir noch nie gemacht haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du davon halten wirst. Das Ganze nennt sich Spit Painting und wir machen das in der extra slow Version. Das heißt, ich würde mich sehr bemühen, alles ganz langsam und sanft auszuführen. Und ja, ich bin gespannt, wie es dir gefallen wird. Aber zuerst werde ich mal dein Gesicht ein bisschen in Augenscheine nehmen. Okay? Okay. Gut. Ja. Ich glaube, glaube, das wird ganz, ganz gut klappen. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Ich glaube, ich werde jetzt auch gar nicht so viel erklären, sondern einfach mal starten. Okay? Gut. Ich glaube, ich starte mit deiner Stirn. Okay? Gut. Ich fadere einfach ein bisschen so die Umrandungen nach. Okay? Genau. Sehr gut. Sehr gut. Ein bisschen weiter noch unten hier. Gut. Gut. Und hier ganz gut. 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 Warte mal, hier, hier, genau hier, dann können wir auch ein bisschen, ein bisschen besser andrücken vielleicht, ja, genau, okay, gut. Trinken, trinken, so, dass es ihm angenehm ist, genau. Und das Kind, trinken, 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 perfekt. Da noch. Ich habe hier irgendwo oder auch nicht hier ein paar kleine Helferleine und damit werde ich das Ganze nochmal so ein bisschen umranden und nachziehen. Okay. 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 Genau hier. Und ein bisschen. Und ein bisschen. Genau. Genau so. So gefällt uns das. Und da unten. Und am Kinn machen wir vielleicht. Oder machen wir vielleicht einmal so kleine. Und ein bisschen. Und ein bisschen. Ich hoffe das ist angenehm für dich. Okay. Sehr gut. Dann legen wir das mal zur Seite. Und was machen wir denn weiter? Ja. Und hier. Global. Global. Mit deinen Augenbrauen. Okay. Gut. 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 Okay, sehr gut. Gut, ich glaube, die Augenbrauen brauchen wir gar nicht so noch extra nachzuziehen, aber du hast ja ganz, ganz, ganz feine Wimpern an dich gelabelt, dafür nehmen wir ein neues Wattestäbchen, okay. Bitte einfach mal die Augen schließen, genau. Sehr gut. Ich glaube, bei den unteren Wimpern machen wir nur ganz. So, ganz, ganz wenig, ja. Genau. So, okay. Hier noch ein bisschen. Gut, die Augenlider, die halten wir ganz, ganz simpel, einfach. Ach, da mal ein bisschen. Schau, 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 schau. Okay, sehr gut. Dann lass uns mal deine Nase betrachten und vor allem natürlich deine Nasenspitze, Nasenspitze, Nasenspitze. Okay, gut. 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 Ich werde dir kontran. Ganz leite Nacht sehen. Ganz leite. Gut. 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 footer apert Sch интelt! Nasenspitze nicht bought werden. Okay, ich glaube, das könnte schon genügen, oder? Und wir wenden uns jetzt einen wundervoll geschwungenen Lippen zu. Da brauche ich glatt ein neues Wattestäbchen. Und die werde ich gleich mal damit ein bisschen nachfahren, okay? Okay. Okay. Deine Lippen. Lippen, Lippen, Lippen. Lippen klingeln. Gut, die sind jetzt umrandet. Wir werden sie natürlich ein bisschen ausermahnen. Wir machen das ganz ademlich. Wir machen das gleiche. Wir machen das gleiche. Wir machen das gleiche. Wir machen das gleiche. Okay. Ich glaube, das geningt auch schon, oder? Ja. Was haben wir denn noch eigentlich? Nur mehr deine Wangen, 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 oder? Und da werde ich auch einfach wieder mit zwei Fingern drüber gehen. Okay. 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 So, ich glaube, wir sind ready. Ich hoffe auch, du bist ganz, 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 ganz entspannt. Und wenn dem Anni der Fall sein sollte, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Entspannungsmusik für dich. Ich glaube, das werde ich dann nochmal so total abholen und entspannen. Und ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Gute Nacht. Schlaf ganz schön und bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020